Als wir im vergangenen Monat unsere gesamte Stromversorgung im Waldgranen offengelegt haben, hat sich der ein oder andere sicherlich gewundert, weshalb da ein Dyson Gerät stand. Bereits damals habe ich jedoch versprochen, die Erklärung in einem späteren Video nachzuliefern und so dreht sich in diesem Video alles um genau dieses Dyson Pure Hot & Cool Raumklimagerät. Wer wie wir in wärmeren Gefilden wie Italien unterwegs ist, der sollte unbedingt einen grossen Ventilator mitführen, welcher die Luft auch dann durchs Zelt bewegt, wenn der Wind einmal nicht mitspielt. Wir haben in den ersten beiden Jahren mit unserem Faltkavan einen gewöhnlichen Standventilator mitgenommen, welcher zuvor den Sommer über im Schlafzimmer zum Einsatz kam. Was man in Italien nicht unterschätzen darf, ist der Umstand, dass auch dort bei Temperaturen über 30 Grad am Tag das Thermometer in der Nacht regelmässig unter die 20-Grad-Marke fällt. Für uns Erwachsene kein Problem, da wir uns in der Nacht automatisch mehr zudecken, doch bei Kleinkindern, die nicht mehr in ihrem Babyschlafsack schlafen, funktioniert dies leider noch nicht reflexartig. Und so mussten wir unsere Tochter in der Nacht immer wieder zudecken, damit sie sich im Urlaub keine Erkältung holt und bei unserem Sohn wäre dies spätestens nächstes Jahr ebenfalls der Fall gewesen. Wer eher in kälteren Regionen unterwegs ist, der führt sowieso einen Heizlüfter im Zelt mit. Doch für uns war dies keine gangbare Variante, da wir diesen ja nicht ständig in der Nacht benötigen würden. Denn auch wenn wir diesen erst beim Ins-Bett-Gehen eingeschaltet hätten, so würde die Luft im Zelt in kürzester Zeit aufgewärmt und dadurch das Einschlafen bei sonst schon warmen Temperaturen erschwert. Die Lösung fanden wir eher per Zufall, da ich mich auf die Suche nach einem effizienteren Ventilator für das Zelt machte, da die Gästekabine beim Camblet Classic leider noch keine Belüftung hatte. Dabei stiess ich auf einen Beitrag der Konsumentensendung Kassensturz des Schweizer Fernsehens, bei der Dyson den ersten Platz belegte und beiläufig erwähnt wurde, dass es auch eine geheizte Variante gibt. Und so landeten wir am Ende beim Dyson Pure Hot & Cool, welcher es in der Tat ermöglicht, eine Mindesttemperatur zwischen 1 und 37 Grad festzulegen. Wird diese unterschritten, springt automatisch dessen integrierter Heizlüfter an. Zudem lässt sich das Gerät auf Nachtmodus stellen, bei dem dieses möglichst Geräuscharm arbeitet, was meiner Frau gefiel, da sie bislang mit dem Ventilatorgeräusch beim Einschlafen so ihre Mühe hatte. Wie bei den meisten Ventilatoren lässt sich der Neigungswinkel und die Schwenkbewegung nach Belieben festlegen, wobei dieser in der Nacht in der Regel zwischen dem Reisebett und den beiden Schlafkammern hin und her schwenkte. Dyson klassifiziert das Gerät offiziell als Raumklimagerät, da es nicht nur Wärmen und für eine kühle Brise sorgen kann, sondern auch einen Luftreiniger mit allerlei zusätzlicher Sensoren eingebaut hat. Die durch den Dyson Pure Hot & Cool zirkulierte Luft wird zuvor nämlich durch eine Kombination aus Aktivkohlefilter und HEPA-Filter von Schadstoffen und Allergenen befreit, respektive gefiltert. In einem Zelt mit zahlreichen Öffnungen zur Belüftung macht dies natürlich nur bedingt Sinn. Aber es ist durchaus interessant zu sehen, wie sich die Schadstoffwerte über den Tagesverlauf so verändern. Wenn mal ein Auto vorbeifährt oder das abendliche Grillen auf dem Campingplatz beginnt, schlagen die Sensoren sofort aus. Auf den bereits maximal eingestellten Luftstrom durch den Tag hat es jedoch keinen Einfluss. Ansonsten würde das Gerät in dieser Situation entsprechend hochschalten und dadurch den zu reinigenden Luftstrom erhöhen und in der Nacht ist die Schadstoffbelastung sowieso gering. Insofern spielte die Luftreinigerfunktion bei der Wahl eine untergeordnete Rolle. Allerdings nutzen wir das Gerät im Sommer mittlerweile auch ganz gerne zu Hause im Wohn- und Schlafzimmer. Der Dyson Pure Hot & Cool lässt sich ganz bequem direkt aus der Schlafkammer des Faltgarwans über die mitgelieferte Fernsteuerung sowie per App oder Sprachsteuerung via Smartphone bedienen. Die offizielle Dyson Link App bietet zusätzlich die Möglichkeit komplette Tagesabläufe zu programmieren, allerdings ist dies aufgrund der stetig wächsten Bedingungen auf einem Campingplatz natürlich nicht allzu nützlich. Die Fernbedienung kann übrigens dank integrierten Magneten direkt an der Oberseite des Gerätes angebracht werden, wodurch das Gerät transportiert werden kann, ohne dass man Gefahr läuft die Fernbedienung zu verlieren. Der Dyson Pure Hot & Cool ist ein hervorragender Ventilator mit einem massiven Luftstrom, der normale Ventilatoren erblassen lässt. Er ist zudem ein cleverer Heizlüfter, der nur dann temperaturgenau heizt, wenn es auch wirklich gewünscht oder nötig ist. Der integrierte Luftreiniger ist ideal für Allergiker oder um die Schadstoffe in den eigenen vier Wänden zu reduzieren. Aufgrund der Heizfunktion ist der Dyson Pure Hot & Cool weniger hoch als seine coolen Brüder und dadurch optimalerweise erhöht zu platzieren. Mit einem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos stolzen Preis von 649 Euro ist das Gerät natürlich relativ teuer. Es gibt noch einen günstigeren Bruder, welcher auf den Luftreiniger und den Zusatz Pure verzichtet. Den Dyson Hot & Cool bzw. das Modell mit der Bezeichnung AM09, welches nur 299 Euro kostet. Allerdings hat dieses Modell leider auch einen geringeren Luftdurchsatz als sein großer Bruder, wodurch dieser also weniger stark ventilieren bzw. kühlen und auch weniger schnell aufheizen kann. Daneben gibt es noch ein Modell mit dem Zusatz Kryptomic und einem Preis von 699 Euro, welches auch formaldehyd aus der Luft filtern kann, jedoch ebenfalls über einen geringeren Luftdurchsatz verfügt. Der Dyson Pure Hot & Cool war letztes Jahr unser Experiment in Sachen Faltkrawanequipment und hat uns wirklich positiv überrascht, weshalb er mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Campingausrüstung geworden ist. In dieser Campingsaison erhält er jedoch in Sachen Kühlung gleich doppelte Konkurrenz und muss sich somit nochmals bewähren, um auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie zu sein. Denn zum einen verfügt unser neuer Camplet Passion Faltkrawan über deutlich bessere Lüftungsoptionen und zum anderen ist unser diesjähriges Experiment eine portable Klimaanlage. Wer diesen Kampf für sich entscheiden wird, erfahrt ihr gegen Ende dieser Campingsaison. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!